Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Story Mode. Die letzte Folge war sehr kurz. Es tut mir sehr leid. Ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor. Unten am Hafen auf einem Schiff. Ich glaube, das Tauchboot bei HS. Unten am Schiff. Du könntest irgendwie die Taue kappen oder vielleicht gibt es einen Schalter zum Runterlassen. Wait. Ach, ich wollte gerade sagen B4. Ron, Fotos erhalten, Chef. Er ist auch schon alt. Und haben wir noch für E-Mails. Grüße aus Sandy Shores. Wir vermissen dich. Tee, wie ist es so in Los Santos? Wir vermissen dich. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. So, dann... Huch. Oh, Entschuldigung. Kann ich ihm eigentlich einen runterhauen? Kann ich nicht. Dem reden kann ich auch nicht. Aber ich kann Whisky trinken. Schon ist er verschwunden. Methode Amphetamine sollst du dich tiefer machen? Tsch. Ne, wir hören auf mit dem Trinken. Was muss ich drücken? Rechts oder links? Ich kann das gar nicht einschätzen da. Ich muss euch auch leider sagen, dass ich GTA 5 bald zumindest pausieren werde, wenn nicht sogar beenden werde. Wenn ich wusste, was es war, wäre es leichter, zu weg. Weil mir da im Moment die Lust und Motivation fehlt irgendwie. Also, ich weiß nicht. Ich konnte mich jetzt schon eine ganze Weile länger fesseln als auf der Xbox. Aber irgendwie, naja, so mittel. Irgendwie ist alles so mittel bei GTA im Moment. Es sieht halt nicht schön aus. Es ruckelt immer so ein bisschen. Ne, Handy wollte ich nicht. Ich wollte, nein, ich wollte Radio. Oh, danke. Und wenn ihr sehen wollt, wie das richtig gespielt wird, dann guckt da am besten bei Pantipota. Hier kommt man gar nicht raus. Sehr schön. Gut, dass ich da lang gefahren bin. So, wir probieren nochmal diesen Raubüberfall abzuschließen. Äh. Barry. Da ist das Tauchboot. Fahren wir mal zum Tauchboot. Also, ich kann euch nicht versprechen, dass nach dieser Folge noch eine Folge kommt. Weil ich im Moment echt wirklich unmotiviert zu GTA 5 bin. Ich bin im Moment überhaupt ziemlich unmotiviert, was Let's Plays angeht. Ich weiß nicht. Die View-Zahlen sind stark zurückgegangen. Die Interaktion bei den Videos ist auch stark zurückgegangen. Das ist ein bisschen schade. Also, ich höre nicht auf. Keine Angst, wird keine Let's Play Pause. Es ist nur so, dass ich mich dann ein bisschen mehr auf Spiele konzentriere, wo ich mehr Lust drauf habe. Und GTA 5 gehört im Moment nicht dazu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich da unten lang, oder wird? Bzw. hier... Ne. Hä? Ich muss doch da irgendwie links abbiegen. Ach, kann ich hier oben? Achso, ich dachte, ich wäre auf hier so einer Autobahn. Okay. Und wir schauen mal, ob wir das Tauchboot noch gecached kriegen. Und dann war's das erstmal mit GTA. Ob GTA Online kommt, boah, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich werde ich mich auf irgendwelche Adventure Point-and-Click-Gedöns-Rad spezialisieren. Weil das sind Spiele, die mir meist mehr Spaß machen, wo ich auch meist ein bisschen besser drin bin. Ich weiß, die sind nicht eure Lieblingsspiele. Whoopsie-Daisy. Aber, ja, so ist es halt, ne? So ist es halt. Wie gesagt, Panty spielt das auch gerade. Da müsst ihr... Der hängt ein bisschen... Der hängt mir ein bisschen hinterher. Da müsstet ihr dann ein paar Folgen nochmal gucken, wie er das macht. Und irgendwann... Irgendwann kommt er dann auch hier an meiner Stelle an. Und dann könnt ihr da genau weiter gucken. Moment, wie gesagt, bin ich irgendwie ziemlich demotiviert. Und ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt. Was ich im Moment viel mache, ist Diablo 3 spielen. Das macht Spaß. Aber da brauche ich kein Let's Play zuzumachen. Das hatten wir A schon mal. Und B ist das auch nicht so das super Let's Play Spiel. Was passiert denn doch? Soll ich jetzt abbiegen oder nicht? Jetzt sagst du wieder, ne, ich biege jetzt ab. Ich biege hier jetzt ab. Jetzt fahre ich hier rein und hier wieder raus. Ja, das willst du von mir. Das ist das, was das Navi mir sagt. Jetzt fahre ich hier wieder auf die Straße drauf, von der ich eben abgefahren bin. Danke. Danke Navi. Danke dafür. Ist ja super, super programmiert auch. Oh Mann. Sieht doch schön aus hier. Ich habe meine Kippe noch an. Oh, ich kann gerade nicht lenken. Ich habe doch gesagt, ich kann nicht lenken. Jetzt kann ich wieder lenken. Genau. Hoffentlich hat es deinen verdammten Hals gebrochen. Ja, worauf ich im Moment so ein bisschen Lust habe, ist vielleicht der nächste Teil von Bach von Meets Fluch. Den werde ich vielleicht bald mal angehen. Äh, ansonsten. Ja, ansonsten war es das irgendwie schon. FIFA, ja. Ich glaube, da könnte ich mich noch ein bisschen mehr zu durchringen. Upsi. Entschuldigung. Oh, warte mal. Das ist jetzt ein roter Punkt. Verfolgt der mich jetzt. Ey, was ist denn dein Problem, Alter? Ja, zeig mal den Mittelfinger. Ist ja gut. So, ist jetzt Ruhe da. Gut, Lord above. Oh, shit. Was will der denn von mir, ey? So. Mann. Hol dir das Tauchboot. Okay. Oh, wie? Ist das auf dem Schiff? Oder was? Sind da Wachen? Brauche ich eine Waffe? What's? Oh ja, da ist irgendwas Rotes zumindest. So, Ruhe. Ruhe hier. Hä, wo ist das denn? Hier. Da hoch, oder was? Kommst du da hoch? Oh ja. Ne, da oben ist aber nichts. Kann ich hier rein? Hä? Ach, da. Fum. Dann mal. Druff da. Äh. Äh. Wie, wie tauche ich nochmal auf? Hallo? Tauchst du hoch, oder so? Wie, wie taucht man denn auf? Fuck, wie taucht man auf? Der taucht nicht mehr auf. Ja, ich, ich, ich weiß. Ich weiß, Trevor. Leck mich am Arsch, ey. Fick dich. So, das war GTA 5. Ich hab keine Lust mehr. Bis zum anderen Let's Play oder sonst irgendwo. Macht's gut. Tschüsschen. Tag. Anfang.